Die Länderspielpause neigt sich dem Ende zu. Am Freitag wartet mit Wiener Neustadt die nächste schwierige Aufgabe auf unsere Mannschaft. Erfreuliche Nachricht, das grün-weiße Lazarett lichtet sich. Innenverteidiger Ione Cabrera steht wieder voll im Training. Ja, die Pause ist für mich nicht gut, wenn ich nicht helfen kann, aber ich unterstütze von der Tribune. Ich habe gesehen, dass ich das super gemacht habe mit 8 Punkten und jetzt wollten wir nach der Länderspielpause wieder 3 Punkten kassieren. Auch Felix Acey kann nach viermonatiger Pause endlich wieder voll mittrainieren. Ja, bei mir habe ich gut gefühlt und ich habe gute Physiotherapie gehabt und ich habe gute Trainings gehabt, auch mit meiner Leistung mitzubringen und ich habe keine Schmerzen. Das Ziel am kommenden Freitag im Garnot-Langes-Stadion ist klar, leicht wird es aber sicher nicht. Ich denke, das Training macht gut, wir machen Spaß und fokussieren extrem auf das Spiel von Wiener Neustadt. Wir warten eine harte Partie wie jedes Spiel und wir wissen, dass wir alles geben müssen, dass drei Punkte zu Hause bleiben.